Moin, mein Freund an der Sonne und herzlich willkommen zurück zu Kingdom Hearts 3. In der letzten Folge haben wir den Olymp abgeschlossen und ja, wir gucken jetzt mal, wohin uns die Reise als nächstes führt. Zwischenzeitlich haben wir natürlich ein neues Schlüsselschwert freigeschaltet, die Heldenwiege. Und ja, haben wir sonst noch irgendwelche Items? Glaube nicht. Dann geht's jetzt einfach mal weiter. Bist du sicher, dass dieses Buch mit dem Buch der Prophecien für real ist? Ich denke, dass das Schleppchen in schlau in deinem Leger zieht. Geh ruhig und schau, ihr Inbecile! Ich muss dieses Buch der Prophecien finden und es meine eigene machen. Es war die einzige Klage, die wir haben. Wir können es nicht umsetzen, ohne eine thorough Anfassung zu vermitteln. Ich sage nur, eine Schleppchen in der Schleppchen. Es wird uns gar nicht mehr nahe zu... Woa! Was ist das? Hast du etwas gefunden? Show es mir einmal, fool! Ja, Herr, leicht. Das muss das Pandora's Box, Hades, die Erinnerung hat. Lass es! Was? Nach dem ganzen ganzen Dicken? Das ist nicht die Box, die ich will. Wir sind mit diesem Welt. Komm! Nein! Äh, was? Hä? Warum hat die Sequenze abgebrochen? Das Reich der Dunkelheit Das Reich der Dunkelheit Was ist passiert Riku? Das Reich der Dunkelheit Ich bin hier, ich hatte so Angst, aber jetzt meine Gefühle und Gefühle sind weg, wenn alles, ich fühle mich überrascht, und es ist nicht, weil es mir eine Schmerz ist, ich weiß sehr gut, was diese Reise ist, das ist anders, und es ist auch nicht Adrenalin, ich weiß, dass Aqua uns braucht, aber ich bin bereit, ich bin in Kontrolle jetzt. Vielleicht ist es, weil du mit mir dabei bist. Nein, das ist nicht ich. Ich denke, dass du in dir endlich gefunden hast, diese spezielle Kraft, um zu schützen, was wichtig ist. Was? Manchmal interessiert du so viel für jemanden, dass andere Gefühle sind. Und dann gibt es kein Raum für Angst oder Angst. Was? Ist das so? Wunderschöne, was wichtig ist. Das ist das? Wunderschöne, was wichtig ist. Es ist mir, dass eine Promete ich gemacht habe. Wer? Wer? Wunderschöne, jemanden, die ich schon einmal drittescheit hatte. Ich weiß nicht. Wunderschöne, dass es ein guter Ge Ringös ist. Wunderschöne, dass wir das unbezogen haben, als ich mit den Akkoma-Geräusern war. Ja, während wir es nach mit dem, Michi ist, würde ich kennenlernen. Und Aqua würde mir die Weg zeigen. Aber je mehr ich komme, desto leichter unsere Verbindung fühlt. Du meinst... Vielleicht. Aber wir können nicht die Hoffnung geben. Ja. Aber wir können nicht die Hoffnung geben. Ich bin hier, auch mit Sora. Really? Das ist, wo wir uns zurück in den Räumen der Licht sind. Hey, vielleicht Aqua auch. Aqua hat sich in ein noches Abyss gefallen. Ich kann sie nicht sehen. Und ich glaube, wir sind nicht bereit, zu spüren mehr als wir bereits sind. So, dann... Oh, no! What? Riku, be careful. Even die Least-Threatening-Heartless sind stärker in diesem Raum. Ich habe es. Okay, also wir steuern jetzt Riku. Alter. Das ist echt... Riesiger, komischer Brocken da. Ah, Rika, Hyper... Oh, shit. Eigentlich wollte ich da Blitzgabel nicht machen. Tatsächlich. Aber gut, er ist halt auch stärker als Sora. Ja, der Scham schon massiv ist. Gleich haben wir es. Yes. Das ist immer noch nicht. Oh, no! Eww! Riku! 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 Das ist immer noch nicht. Was? Und da bin ich? Weil jemanden muss mich. Ich muss mich. Was sind Sie? Ich bin sie. Ah! Riku? Wake up! Riku! Are you okay? Where'd the Heartless go? Hm. Hm. Oh. Hm. The Heartless here are stronger than what we expected. I guess we probably should have powered up our Keyblades before we came in here, huh? I think we need to go back to Master Yen's hitz tower so we can regroup. But Aqua's still down here alone, facing enemies like that. I know. What if she's feeling as scared and alone as I felt the first time I came here? How long are we supposed to keep her waiting in this awful place? But Aqua? She's like Sora. What? What? No, 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 no. Strong like Sora. Oh. Okay. Good. Then I guess she's gonna be alright. Sora could fall into any darkness and swim his way out. Besides, we won't be long. Right. Huh? Can't use this Keyblade anymore. Might as well leave it here. For the other me. What? 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 Who's that? I see. Du könntest nicht wiederholfen, deine Kraft. Ah, kein Problem. Ich habe noch viel gelernt. Regardless, Sora, du brauchst den Power of Waking. Es kann nicht weitergehen. Vielleicht wird es etwas sehr schnell trigger. Wie genau das? Ich weiß nicht. Wie ist ein Bunch in der Hand? Hey! Vielleicht könnte es etwas so einfach als das. Warte! Du denkst auch so? Wenn du in die Lage bist, magisch passiert. Das ist deine größte Kraft, Sora. Du macht es so, wie ein accident. Wir sind zurück, Master. Wow! Wow! Sie sind alle hier! Wir waren hier vorhin, aber Sie haben nicht warten. Oh! 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 Your Majesty! Hey, da, Freunde! So, was haben Sie drei auch hier? Wir waren zu... Wir waren zu Olimpuss, um zu besuchen, Hauntalus. Und zu verstehen, wie zu bekommen, alle von Sora's losten powers zurück. Was? Das war ein großer Verzweck. Oh, was ein Schade. Oh, was ein Schade. Aber... ...honestlich... Wir haben nicht mehr gemacht. Wir haben nicht mehr gemacht. Wir haben nicht mehr gemacht, wo Aqua ist. Weil Master Yen Sid gesagt, das ist warum ihr hier seid. Oh, was das ist? Komm schon, kann ich endlich sagen? Wir wissen, dass Master Aqua es so weit wie die Beach, die Sora und ich einmal besuchen. Aber das ist wo sie Endeffektiv. Das heißt? All traces of her vanish into the great abyss. Beneath the realm of darkness. Ist das da? No. Sora was dragged into the abyss during his exam. And I went in after him. So I think if we find someone who is really close to Aqua and they make the dive, they could reach her down there. I'm not sure who's even left to ask. Ventus is hidden. And Aqua's the only one who knows where. Plus, nobody's seen Terra in ages. Aqua was the last. So Aqua, she's gonna be the key to finding all three. Yes. Their teacher, Master Erecus, would have been another possibility. Had Xehanort not mercilessly struck him down. I'll save her. Huh? Huh? You can't! But Sora, that's gonna be super hard since you don't have the power of waking. Huh? Sorry. I have no idea why that just popped out. Well, it was pretty convincing. Yeah. Better not let us down. Hmm. Sora, you must focus on regaining your last power of waking. Mickey and Riku, I recall that Master Aqua journeyed to many worlds and connected with others who could be the Link we need. Good plan, sir. Riku and I will retrace her steps and see if we can find any sort of clues. But first... Hmm? We got hit pretty hard in the Realm of Darkness. My Keyblade was damaged, and the Heartless broke Riku's clean in half. So, we're gonna need to get replacements before we can continue. In that case, rendezvous with Kairi and Lee. They are continuing their training under the tutelage of the wizard Merlin. Yes, sir. Also, I would like you to deliver these for me. Are they? Yes, they are the same as the ones I gave you. Special vestments to shield Kairi and Lee from the darkness. We got them! What? No fair! What about my outfit, Master? Sora! Don't bother me like that! I should consider it! Settle down. I have new clothes for you too, Sora. Yeah? A gift from the good fairies. Huh? I knew you'd come through for me! Thanks! Yeah! Those are no ordinary garments, Sora. Like before, they have very special powers, so it took extra time to prepare them. In addition, there is a gift from Chippendale inside. Cool! Okay! Happy now? Yep! Now, you are all ready to proceed. Hey, wait! Don't forget about me! Chippendale! Every journey worth going on needs a cricket to keep track of it. And I can't let you start this one without old Jiminy Cricket by your side. The whole team's back! Yeah. Good. Now to mark the beginning of a new journey. I wish for you to have this, Sora. Huh? Okay. That is a heartbinder. Think of it as a good luck charm made just for you. You have a gift, Sora, for connecting with others. And this makes that gift stronger. It's time to go! May your heart be your guiding key. See? Hm. Mhm. Hm. 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 Herzbinder erhalten. Ein Talisman, mit dem du mittels Koop-Kommando einen Traumfänger zur Unterstützung herbeirufen kannst. Ja. 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 Ja.